Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Umgang mit Betriebsprüferfeststellungen. Und mit mir dabei sind wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja und wir nehmen heute mal nicht in unserem Herner-Studio auf, sondern sitzen alle getrennt voneinander im Homeoffice. Das heißt, Frank und ich befinden uns tief im Ruhrgebiet und Franzi ist aus München zugeschaltet. Und unser Gast, den Frank euch gleich noch genauer vorstellt, ist ebenfalls digital dabei. Ja, aber wie immer starten wir bei dir, Franzi. Hol uns doch bitte einmal ab. Worum geht es heute denn jetzt genau? Ja, sehr gerne. Es geht heute um das spannende Thema der Umgang mit Betriebsprüferfeststellungen. Prüfungen sind ja ein sehr wichtiger Bestandteil des Steuersystems. Und diese akribische Durchsicht zielt eben darauf ab, steuerliche Verhältnisse des Unternehmens genau zu beleuchten. Was genau bedeuten jetzt diese Feststellungen für das Unternehmen? Wie geht man damit um? Welche Konsequenzen können sie haben? Und in der Episode sprechen wir eben darüber, wie sowas abläuft, welche Fehler aufgedeckt werden können und welche Auswirkungen das auch auf die Steuererklärung haben könnte. Genau. Und unser heutiger Gast, Dr. Tobias Schwarz, ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht bei Flick, Gocke, Schaumburg in Bonn. Tobias Schwerpunkte sind das Steuerstrafrecht, das Wirtschaftsstrafrecht, die Selbstanzeigeberatung und Tax Compliance. Ja, und wir beschäftigen uns ja gleich auch unter anderem mit den strafrechtlichen Konsequenzen von Prüfungsfeststellungen. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön. Ich komme mal direkt so zur Einstiegsfrage. Wie schon gerade gehört, das untersucht der Prüfer ja so verschiedene Unterlagen, prüft die Bücher des Unternehmens. Welche Arten von Betriebsprüfungen gibt es denn aber erstmal? Ja, also wir haben im Wesentlichen zwei Arten von Betriebsprüfungen. Das eine ist die, ich nenne es jetzt mal ganz normale, reguläre Betriebsprüfung, die der Regel durch die Groß- und Konzernbetriebsprüfung vorgenommen wird. Da werden eben die relevanten Steuerarten, Ertragssteuer, Umsatzsteuer geprüft bei steuerpflichtigen Unternehmen. Daneben haben wir noch als weitere wichtige Prüfungsart die Lohnsteueraußenprüfung als Spezialform der Betriebsprüfung. Ja, okay, danke. Und wenn, jetzt soll es bei uns ja um Feststellungen gehen. Also angenommen, es wird jetzt etwas festgestellt in der Betriebsprüfung. Welche Schritte unternimmt denn dann der Prüfer, wenn er Unregelmäßigkeiten feststellt? Genau, da hat der Betriebsprüfer verschiedene Möglichkeiten. Im Idealfall aus Sicht der Steuerpflichtigen bleibt das rein im Besteuerungsverfahren. Es gibt Feststellungen, die münden dann am Ende in den Schlussbericht und werden dann letztlich umgesetzt in geänderte Steuerbescheide. Da sind wir also allein rein im Besteuerungsverfahren. Aus Sicht des Steuerpflichtigen immer die bessere Variante. Es kann aber eben auch sein, und das ist zunehmender Fall, dass der Betriebsprüfer sich die Frage stellt, ob es hier einen strafrechtlichen Anfangsverdacht gibt. Und wenn er den bejaht, dann gibt er eben den Sachverhalt an seine Kollegen von der Strafen- und Bußgeldsachenstelle, von der Steuerfahndung ab. Und die würden dann prüfen, warum es letztlich zu der Feststellung, ja, da ging ja dann immer aus Sicht der Finanzverwaltung ein Fehler voraus, ein Fehler in der Steuererklärung, warum es letztlich dann zu diesem Fehler, zu dieser Feststellung gekommen ist und ob letztlich das strafrechtlich vorwerfbar ist. Das heißt, es kann eben auch aus einer Betriebsprüfung heraus aufgrund von entsprechenden Feststellungen ein Strafverfahren eingeleitet werden. Okay, das sind jetzt schon so Konsequenzen, da wollte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber wenn jetzt solche Feststellungen kommen, wann muss denn der Steuerpflichtige ja tätig werden? Also wann muss bei Betriebsprüfer Feststellungen korrigiert werden? Und kann da vielleicht auch erst der Abschluss abgewartet werden? Genau, das ist jetzt schon eine sehr interessante Frage. Wann muss letztlich berichtigt werden bei entsprechenden Prüfungsfeststellungen? Vielleicht nochmal, wir haben die Situation, es gibt eine Feststellung, wir haben ja einen Prüfungszeitraum in der Regel von drei Jahren. Und dann ist die Frage, haben wir diesen Sachverhalt auch in den Folgejahren? Und wenn der Sachverhalt auch in den Folgejahren sich verwirklicht hat und die Steuererklärungen für die Folgejahre auch schon abgegeben worden ist, dann sind diese abgegebenen Steuererklärungen ja wohl genauso falsch, jedenfalls mal aus Sicht der Finanzverwaltung. Und dann ist eben die Frage, muss der Steuerpflichtige korrigieren und wann muss er korrigieren? Wir sind jetzt hier, um das noch ein bisschen einzuordnen, im Bereich des Paragraphen 153 der Abgabenordnung. Ja, der legt dem Steuerpflichtigen letztlich die Pflicht auf, in dem Fall, in dem er nachträglich erkennt, dass eine Erklärung, die von ihm abgegeben worden ist, unrichtig oder unvollständig war und dadurch eine zu geringe Steuer festgesetzt worden ist, zu berichtigen, anzuzeigen und zu berichtigen. Und das muss ich letztlich bei Betriebsprüfungsfeststellungen dann tun. Da bin ich im Bereich von 153. Dem Grunde nach und die ganz spannende Frage, zu der kommen wir dann sicherlich auch gleich noch, ist die, wann muss ich eigentlich berichtigen? Du hast es eben schon angedeutet, kann ich eigentlich abwarten, bis die Betriebsprüfung abgeschlossen ist? Oder muss ich möglicherweise schon sehr viel früher in der laufenden Betriebsprüfung schon richtigen und korrigieren? Und wenn wir uns da jetzt erstmal den 153 Absatz 1 anschauen, ich bin noch in Absatz 4, der ist aber noch sehr neu, den Absatz 1 anschauen, dann steht da drin, dass der Steuerpflichtige berichtigen muss, wenn er die Unrichtigkeit erkennt. Und Erkennen meint nach der Rechtsprechung, ich muss die positive Kenntnis der Unrichtigkeit haben. Es reicht nicht aus, dass der Steuerpflichtige es für möglich hält, dass die Erklärung falsch ist. Und er muss es sicher und positiv kennen. So, und es gibt natürlich verschiedene Zeitpunkte, zu denen man jetzt berichtigen könnte. Die erste Möglichkeit wäre, indem der Betriebsprüfer mir erstmalig mitteilt, oh, die Erklärung war aber falsch, hier habe ich eine Feststellung. Es wäre auch denkbar, dass man sagt, man wartet die Zwischenbesprechung ab. Regelmäßig gibt es bei Betriebsprüfungen jetzt Zwischenbesprechungen. Oder man wartet vielleicht sogar die Schlussbesprechung ab. Oder man wartet ab, bis letztlich diese Feststellungen in neuen geänderten Steuerbescheiden umgesetzt worden sind. Oder vielleicht sogar die Bestandskraft der Bescheide. Also wir haben hier eine relativ große Spanne an möglichen Zeitpunkten, die man auswählen könnte. In der Praxis ist es tatsächlich oft so, dass viele Unternehmen, die den Abschluss der Betriebsprüfung abwarten. Also man sagt, wenn wir den Schlussbericht haben, dann berichtigt man. Ich kann auch gleich mal einen Fall vorstellen, den ich mitgebracht habe. Das ist schwierig. Das kann also in ganz heikles Fahrwasser führen, wenn man so lange abwartet. Vielleicht, wenn ihr einverstanden seid, veranschauliche ich das mal im kleinen Beispielsfall, den ich gerade auf dem Tisch liegen habe. Dann wird das deutlich, dass da möglicherweise ein sehr viel früherer Zeitpunkt schon relevant ist. Ja, sehr gerne. Ein Beispiel ist immer gut. Ja, aber es ist wie gesagt ein Fall, den ich gerade auf dem Tisch habe. Da hat ein Steuerpflichtiger eine Betriebsprüfung, die gerade anhängig ist für die Jahre 2014 bis 2017. Und was ist passiert? Er hat die Erträge aus seinem Online-Shop nicht versteuert, weil er der Auffassung war, die sind in Deutschland gar nicht steuerpflichtig, diese Erträge. Jetzt ist die Betriebsprüfung da, hat sich den Sachverhalt angeschaut. Und man hat im Jahr 2021 eine Zwischenbesprechung durchgeführt. Also die Betriebsprüfung läuft sogar heute noch, aber im Jahr 2021 hat man eine Zwischenbesprechung durchgeführt. Und da hat die Betriebsprüfung dem Steuerpflichtigen gesagt, also die Erträge aus dem Online-Shop, die waren aber in Deutschland steuerpflichtig und die hast du nicht versteuert. Und deswegen waren die Steuererklärungen 2014 bis 2017 falsch. Ja, aber es ist passiert, es ist gar nichts passiert. Zu dem Zeitpunkt, als die Zwischenbesprechung 2021 stattgefunden hat, waren aber natürlich die Steuererklärungen 2018 und 2019, die nicht Gegenstand der Betriebsprüfung waren, schon längst abgegeben. Und da hat der Steuerpflichtige natürlich auch die Auffassung zugrunde gelegt, dass die Erträge aus dem Online-Shop nicht steuerpflichtig waren. Da war er bis dahin der Meinung, dass die nicht steuerpflichtig sind. Er hat dann aber auch nichts gemacht nach der Zwischenbesprechung, weil er gesagt hat, wir warten jetzt erstmal das Ende der BP ab und wenn es Handlungsbedarf gibt, dann werden wir also nach Abschluss der BP berichtigen. So, und da hat die Finanzverwaltung dann das Steuerstrafverfahren eingeleitet, nämlich genau mit dem Vorwurf, dass man zum Zeitpunkt der Zwischenbesprechung die Jahre 2018 und 2019 hätte berichtigen, korrigieren müssen und damit den 153 verletzt hat. Ja, was ich damit sagen will, es kann also Sachverhalte geben, wo man das Ende der Betriebsprüfung gar nicht abwarten kann oder sollte, weil die Finanzverwaltung bei meinem Beispielsfall auf dem Standpunkt stand, zum Zeitpunkt der Zwischenbesprechung. Da hat der Steuerpflichtige doch bereits erkannt, dass die Erklärungen 2018 und 2019 unrichtig waren und deswegen hätte er berichtigen müssen. Okay, also man kann schon sagen, dass das möglich ist, aber an deinem Fall sieht man jetzt sehr gut, dass das ja manchmal auf keinen Fall Sinn macht, da so lange abzuwarten. Ja, beziehungsweise dann eben auch sehr gefährlich ist, weil die Verletzung des 153 strafbewehrt ist. Das ist eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage auch gewesen, welche Konsequenzen jetzt so ein Unternehmen erwarten muss, wenn da wirklich ein Verstoß festgestellt wird. Also dann ist es schon eine Strafsache sozusagen. Also wenn der Paragraf 153 verletzt wird, da ist es strafbewehrt. Die Verletzung des 153, das ist dann eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ob auch der subjektive Tatbestand gegeben ist. Aber dann kommt man sehr schnell in strafrechtliches Fahrwasser. Und jetzt bei deinem Fall war das ja auch, das zieht sich jetzt über viele Jahre. Wie reagiert denn die Finanzverwaltung so erfahrungsgemäß, wenn wiederholt durch den Betriebsprüfer Feststellungen getätigt werden? Ja, also die wiederholte BP-Feststellung ist ein ganz heißes Eisen und führt mittlerweile auch sehr, sehr häufig zur Einleitung von Steuerstrafverfahren. Wir haben also Betriebsprüfungsfeststellungen in einem Betriebsprüfungsgericht. Bericht ist also festgestellt worden, dass aus Sicht der Finanzverwaltung Sachverhalte unrichtig erklärt worden sind. Und in der nächsten Betriebsprüfung werden genau die gleichen Feststellungen getroffen. Das heißt, der Steuerpflichtige hat im Prinzip nicht reagiert auf die vorausgehende BP und hat die Sachverhalte einfach weiterhin aus Sicht der Finanzverwaltung falsch erklärt. Und in der Konstellation haben wir immer den objektiven Tatbestand der Steuerhinterziehung, der verwirklicht ist. Es sind also unrichtige Angaben gemacht worden oder es kam zu einer Steuerverkürzung. Und dann ist eben die Frage, ist auch der subjektive Tatbestand der Steuerhinterziehung gegeben? Das ist dann der Fall, wenn der Steuerpflichtige letztlich den Steueranspruch für möglich hält und eine Steuerverkürzung billig in den Kauf nimmt. Das ist nicht all so hoch, die Hürde. Ich muss das gar nicht absichtlich machen, sondern es reicht schon, dass ich eine Steuerverkürzung billig in den Kauf nehme. Und das ist echt in den Konstellationen der wiederholten BP-Verstellung auch schwierig zu verteidigen, weil die Finanzverwaltung immer sagen wird, na ja, der Steuerpflichtige wusste es doch, es stand doch im letzten Betriebsprüfungsbericht schon drin, dass die Erklärung falsch war. Und dann hat er einfach das so weiter laufen lassen. Das ist dann sehr, da ist man sehr, sehr schnell im Vorsatz, im sogenannten Eventualsvorsatz. Wenn man bei Geschäftsführervorständen, gegen die da in der Regel ja eingeleitet wird, kann man immer noch die Frage stellen, hatten die auch Kenntnis von dem Betriebsprüfungsbericht? Das wird vielleicht nicht immer der Fall sein, aber was man auch sehen muss, was ja noch daneben, neben der Steuerhinterziehung bleibt, ist die Aufsichtspflichtverletzung im 130-Ordnungswidrigkeiten-Gesetz. Und da ist es eben letztlich so, dass der Geschäftsführer sicherstellen muss, dass Betriebsprüfungsfeststellungen abgestellt werden durch organisatorische Maßnahmen und in der Zukunft entsprechende Feststellungen dann nicht mehr getroffen werden. Und wie gesagt, du hast ja eingangs gefragt, was ist die Folge? Ich hatte es gesagt, das führt mittlerweile sehr, sehr häufig zur Einleitung von Steuerstrafverfahren sowie erholte BP-Feststellungen. Und ja, wenn du willst, ich habe da auch ein kleines Beispiel mal mitgebracht aus einem aktuellen Durchsuchungsbeschluss. Den kann ich ganz gerne mal kurz daraus zitieren. Ja. Das ist also, wie gesagt, ein Durchsuchungsbeschluss, auch ein Fall, den wir bearbeitet hatten. Und da hat man eben genau diese wiederholten BP-Feststellungen zur Begründung des Durchsuchungsbeschlusses herangezogen. Ja, da heißt es also, den seinerzeit Verantwortlichen waren die zahlreichen und eklatenten Mängel in der Buchführung bekannt, da bereits in der vorherigen Betriebsprüfung den Verantwortlichen diese Mängel durch den Prüfer mitgeteilt wurden. Da im aktuellen Prüfungszeitraum erneut erhebliche Mängel festgestellt wurden, besteht der Verdacht, dass seitens der Betroffenen auf die Umstände nicht beziehungsweise jedenfalls nicht im erforderlichen Umfang durch erhöhte oder verbesserte Aufsichtsmaßnahmen und organisatorische Maßnahmen reagiert wurde. Ich habe mal eine Frage, Tobias. Du übernimmst ja auch die Unternehmensvertretung im Falle von Betriebsprüfungen und Zeugenbeistand. Was können wir uns vorstellen? Wie läuft das denn ab? Du begleitest ja auch diese Durchsuchungsmaßnahmen inklusive der IT-Durchsuchung. Da gibt es vermutlich auch strittige Betriebsprüfungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Verabredet man sich und wartet dann, bis der Prüfer kommt und dann stehst du daneben und schaust genau, was er macht und schaust auch, ob Grenzen überschritten werden? Ja, also wir müssen hier zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ja die Betriebsprüfung und das andere, hast du jetzt auch gerade angesprochen, Frank, ist die Durchsuchung. So, bei der Durchsuchung, die begleiten wir auch, ist das mit dem Verabreden etwas schwierig, denn im Vorfeld weiß man ja nicht, wann eine Durchsuchung stattfindet. So, die begleiten wir natürlich durch Suchungssituationen. Das läuft dann aber eben so ab, dass die Steuerverhandlungen bei dem Steuerpflichtigen beim Unternehmen eben aufschlägt, auch Rudern gekündigt, sonst läuft die Durchsuchung jetzt nicht leer. So, die begleiten wir dann natürlich auch. Da geht es insbesondere darum, dass man vor Ort sicherstellt, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, dass der Durchsuchungsbeschluss rechtmäßig ist. Insbesondere auch darauf eben zu achten, dass die Finanzverwaltung jetzt nicht Unterlagen beschlagnahmt, die gar nicht beschlagnahmend fähig sind oder vom Durchsuchungsbeschluss gar nicht abgedeckt werden. Das ist so die Hauptaufgabe im Rahmen einer Durchsuchung. Daneben, und das ist dann planbar, haben wir natürlich die Betriebsprüfung. Die begleiten wir auch. Das sind dann aber, wie gesagt, es sind Abstimmungstermine, das stimmt man im Vorfeld hier ab. Das ist also planbar. Hast du bei den Durchsuchungen denn schon erlebt, dass du sagen musst, das bis hierhin und nicht weiter und wie macht man das mit einer IT-Durchsuchung? Musst du dann tatsächlich daneben stehen und schauen, was der Betriebsprüfer in dem Moment macht und dann auch gegebenenfalls einschreiten, wenn du denkst, dass es zu weit geht? Was meinst du, Frank, mit zu weit geht? Also von wegen Datenschutz oder sowas? Ja, gut, es gibt ja Dinge, die laut Durchsuchungsbeschluss vermutlich kontrolliert oder mitgenommen werden dürfen, andere Dinge nicht. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Grenzen, wie sind die definiert und halten sich da die Finanzbehörden immer dran oder merkst du, dass du dann irgendwann auch mal einschreiten musst? Ja, also in der Regel haben wir dieses Spannungsverhältnis bei jeder Durchsuchung, dass die Finanzverwaltung natürlich bestrebt ist, möglichst umfangreich Informationen, Unterlagen mitzunehmen. Auf der anderen Seite der Steuerpflichtige natürlich bestrebt ist, dass die Finanzverwaltung nur die Unterlagen sicherstellt oder beschlagnahmt, die hat auch tatsächlich vom Durchsuchungsbeschluss gedeckt sind. Da besteht natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis und bei den allermeisten Durchsuchungen kommt man an den Punkt, dass man sagt, so stopp, das geht jetzt zu weit. Hier gibt es Unterlagen, die sind gar nicht vom Durchsuchungsbeschluss gedeckt und deswegen dürfen die schon gar nicht mitgenommen werden. Wenn jetzt beispielsweise die Finanzverwaltung vielleicht Jahre oder Unterlagen zu Jahren sicherstellen, beschlagnahmen will, die gar nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens sind, zum Beispiel mal als ein Beispiel. Also da muss man schon genau darauf achten. Bei der IT-Durchsuchung, vielleicht bei der physischen Durchsuchung ist das noch relativ einfach. Da läuft das in der Regel so ab, dass man zunächst mal die Unterlagen, die aus Sicht der Finanzverwaltung, der Steuerverhandlung oder der Staatsanwaltschaft verfahrensrelevant sind, an einem Ort zusammenträgt. Dann kann man die gemeinsam durchgehen und sichten, ob aus Sicht der Verteidigung oder aus Sicht des Unternehmens diese Unterlagen auch beschlagnahmefähig sind. Dann kann man sich darüber austauschen und manchmal einigt man sich. Wenn man sich nicht einigt, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Unterlagen erstmal versiegelt werden und eine gerichtliche Entscheidung dazu herbeigeführt wird, ob die überhaupt beschlagnahmefähig sind. Bei der IT-Durchsuchung, und die spielt ja eine immer größere Rolle heutzutage, da ist das natürlich etwas schwieriger. Da kann man schwer daneben stehen. Man kann das schon, aber man hat natürlich dann keinen Überblick über die Daten. Da läuft das in der Regel so ab, dass ja auch die Finanzverwaltung vor Ort aus diesem Datenfundus gar nicht feststellen kann, was jetzt wirklich verfahrensrelevant ist und was nicht. Und deswegen läuft das in der Praxis in der Regel so ab, dass die Daten gar nicht beschlagnahmt werden, sondern zunächst nur mal zur Sichtung, jetzt in der Rahmen von § 110 Strafprozessordnung zur Sichtung mitgenommen werden und dann prüft die Finanzverwaltung und muss erstmal aussondern, was überhaupt verfahrensrelevant ist. Und alles, was nicht verfahrensrelevant ist, muss sowieso zurückgegeben werden oder gelöscht werden und nur, was dann verfahrensrelevant ist, das kann dann beschlagnahmt werden. Aber da sollte man natürlich auch aus Unternehmenssicht darauf achten, dass die Finanzverwaltung diese Sichtung ordnungsgemäß durchführt, also jetzt auch nicht irgendwie in eine andere Zielrichtung beispielsweise bei der Durchsicht vornimmt, als die hinsichtlich derer eben, dass das Steuerstrafverfahren anhängig ist. Das kann man beispielsweise durch Schlagweiter sicherstellen, aber auch da ist natürlich eine gewisse Kontrolle durch die Verteidigung notwendig und was durchaus auch absolut sinnvoll sein kann, dass man, wenn man die Kapazitäten auch hat und das Unternehmen die Kapazitäten hat, dass man eine eigene Sichtung vornimmt, denn da kommen manchmal andere Ergebnisse raus als bei der Finanzverwaltungssichtung. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Durchsuchung, Tobias. Ja, spannend, genau. Sagen wir nochmal ganz kurz Abgabenordnung, zwei, drei Nachfragen dazu. Paragraf 153 hattest du vorhin schon kurz erwähnt, Absatz 4 wird auch noch immer, oder da stolpert man auch oft drüber. Kannst du mal ganz kurz erklären, was regelt der genau und was ist daran neu? Genau, also wir hatten bislang eben nur drei Absätze, jetzt hat der Gesetzgeber den 153 Absatz 4 neu eingeführt, vielleicht ganz kurz, wann gilt der eigentlich? Der gilt für Steuern, die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen, also dann ab dem nächsten Jahr, beziehungsweise der gilt auch für Prüfungsanordnungen, die nach dem 31. Dezember 2024 bekannt gegeben werden, aber sich auf Steuern beziehen, die schon davor entstanden sind. Also wenn jetzt am 2. Januar 2025 beispielsweise eine Betriebsprüfungsanordnung bekannt gegeben wird und die sich auf die Jahre 2021 bis 2023 beziehen würde, wäre der neue Absatz 4 schon anwendbar. So, das ist erstmal die Anwendbarkeit. Und der Absatz 4, das ist jetzt eine neue Anzeigepflicht, die besteht dann, wenn Prüfungsfeststellungen einer Außenprüfung, also einer Betriebsprüfung, unanfechtbar in einem Steuerbescheid umgesetzt worden sind und die den Prüfungsfeststellungen zugrunde liegenden Sachverhalte auch in einer anderen Erklärung verwirklicht sind und ebenfalls dann zu einer Änderung der Besteuerungsgrundlagen führen. Das heißt, wir haben also die Situation, wir haben eine Betriebsprüfung, wir haben Feststellungen, diese Feststellungen sind dann in einem Bescheid unanfechtbar umgesetzt worden und diese Sachverhalte sind auch in den Nach- oder Vor-BP-Zeiträumen relevant. Ja, dann muss ich nach dem Absatz 4 eben berichtigen und anzeigen und das Spannende ist eben die Frage, weil ich, wir haben es eben kurz angesprochen, möglicherweise nach dem Absatz 1 auch schon eine Berichtigungspflicht habe. Also wenn ich BP-Feststellungen habe, komme ich auch, wenn ich den Absatz 1 anwende, zu einer Anzeige- und Berichtigungspflicht. Das Spannende ist jetzt die Frage, wie stehen die beiden eigentlich im Verhältnis? Ist dieser Absatz 4 möglicherweise jetzt eine Spezialvorschrift, Lex Spezialis, für BP-Feststellungen, sodass der dem Absatz 1 vorgehen würde? Das wäre insoweit ganz charmant, als wir beim Absatz 1, wir haben es vorhin ja angesprochen und gesehen, oft gar nicht so genau wissen, wann ist eigentlich der Zeitpunkt, zu dem ich berichtigen muss, wann hat der Steuerpflichtige jetzt dieses sichere Kenntnis der Unrichtigkeit? Also wir haben beim Absatz 1 immer so eine gewisse Rechtsunsicherheit, wann muss ich berichtigen und ist die Berichtigung denn dann noch rechtzeitig? Und das ist bei dem Absatz 4 anders, weil der Absatz 4 auf die Bestandskraft der Bescheide abstellt. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem die Berichtigungspflicht hier ausgelöst ist, der ist klar definiert und damit hätte ich natürlich eine viel größere Rechtssicherheit. Daher wäre es charmant, wenn der Absatz 4 als Lex Spezialis zum Absatz 1 zu verstehen ist und BP-Verstellungen demnach nur nach Absatz 4 zu berichtigen sind. Die Frage ist aber, der Absatz 4 ist ja auch neu, bislang nicht geklärt. Da gibt es auch nur ganz, ganz wenig Literatur und die wenigen Stimmen, die es gibt, die sehen es unterschiedlich. Manche sagen, Absatz 4 und Absatz 1, die bestehen nebeneinander. Andere sagen, es ist Lex Spezialis. Der Absatz 4 geht hier vor. Da muss man gucken, wie sich hier die Finanzverwaltung positioniert. Lässt denn der Absatz 4 dann überhaupt noch Einigung mit der Betriebsprüfung zu? Ja, der Absatz 4 führt letztlich dazu, dass Sachverhalte, die in Folge-BP-Zeiträumen verwirklicht sind, berichtigt werden müssen, wenn ich bestandskräftige Bescheide habe. Und in der Praxis ist es ja tatsächlich sehr oft so, dass man in der Betriebsprüfung sich irgendwie mit der Finanzverwaltung einigt, weil man vielleicht die Betriebsprüfung einfach zum Abschluss bringen möchte, weil man Deckel drauf haben möchte, weil man Rechtssicherheit haben möchte, weil es vielleicht andere übergeordnete Gründe gibt, die jetzt wichtiger sind, weil man da vielleicht irgendwie der Betriebsprüfung, ich sage mal, eine Praktikerlösung erzielt und einfach ein Gesamtpaket schnürt. Und wenn man jetzt in diesem Gesamtpaket bezüglich einzelner Sachverhalte die Rechtsauffassung der Betriebsprüfung akzeptiert, dann ist das, so war das bislang auch schon immer nur für Anlagungsraum bezogen, also für den Betriebsprüfungszeitraum. Das heißt aber, dass ich natürlich in den Nachfolge-BP-Zeiträumen durchaus wieder eine andere, meine eigene, bislang vertretene Rechtsauffassung vertreten kann. Bei dem Abseits 4 ist eben jetzt das Problem, dass ja da drin steht, wenn es Feststellungen gab, in dem Fall hat man sich ja dann geeinigt mit der Finanzverwaltung und da auch die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung akzeptiert, dann muss ich das auch anzeigen und berichtigen für die Folge-BP-Zeiträume. Das heißt, es könnte dann das Problem entstehen, dass die Finanzverwaltung sagt, naja, jetzt muss diese Einigung aber auch für die Nach-BP-Zeiträume fortgeschrieben werden und das will der Steuerpflichtige möglicherweise ja gar nicht, weil er da durchaus den Steuerstreit vielleicht weiter führen will mit der Finanzverwaltung. Und um jetzt die Frage noch konkret zu beantworten, es ist auch vor dem Hintergrund des 153 Absatz 4 zukünftig noch möglich, dass man sich mit der Finanzverwaltung einigt. Man muss aber eben den 153 Absatz 4 im Blick haben und wird in diesen Konstellationen dann zumindest der Finanzverwaltung anzeigen müssen, dass es diese Sachverhalte auch in den Nach-BP-Zeiträumen gibt, dass man da aber die Rechtsauffassung der Betriebsprüfung nicht teilt und dass man da eben das Besteuerungsverfahren weiter streitig führt. Also diesen Zwischenschritt, die Anzeige nach 153 Absatz 4 zu erfüllen, der kommt dann jedenfalls zwingend hinzu. Das wird man künftig machen müssen, sonst kommt man eben wieder schnell in strafrechtliches Fahrwasser. Wenn es Feststellungen gibt, die bei einer Firma oder sagen wir mal, die bei einer Muttergesellschaft Handlungspflichten begründen oder Handlungspflichten auslösen, müssen die das dann bei den Tochterfirmen auch machen oder begründen die Feststellungen bei der Muttergesellschaft nur die Muttergesellschaft selber? Genau, also die Betriebsprüfung richtet sich jetzt in dem Beispiel gegen die Muttergesellschaft. Die ist hier der Steuerpflichtige, die ist hier das Subjekt der Betriebsprüfung. Und die Feststellungen, die richten sich natürlich dann auch nur gegen die Muttergesellschaft und die muss dann auch im Blick auf 153 prüfen, ob die eigenen Erklärungen, die sie eben für Nach-BP-Zeiträume abgegeben hat, unrichtig waren und ob da Berichtigungsbedarf besteht. Jetzt ist es aber eben in Konzernen oft so, dass Tochtergesellschaften möglicherweise die gleichen Sachverhalte verwirklicht haben und dann bei den Tochtergesellschaften auch Berichtigungsbedarf entstehen kann. Da ist es letztlich so, dass die Feststellungen gegenüber der Mutter keine zwingenden gesetzlichen Handlungspflichten bei den Tochtergesellschaften auslösen. Gegenüber den Tochtergesellschaften sind ja keine Prüfungsfeststellungen ergangen. Es kann aber losgelöst von der Problematik wiederholte Betriebsprüfungsfeststellungen aus Unternehmenssicht schon sehr sinnvoll sein, wenn es entsprechende Feststellungen bei der Mutter gab, auch mal zu prüfen, ob die bei den Tochtergesellschaften vielleicht auch bestehen. Und oft ist es ja so, dass die Steuerabteilung unternehmen weiß, die Sachverhalte sind bei den Tochtergesellschaften ja ganz genauso verwirklicht. Sehr, sehr häufig weiß man das oder man hat da jedenfalls mal ein Störbefühl oder eine Vermutung. Und dann kann es schon, 153 sieht da jetzt keine Pflicht vor, dass die Tochtergesellschaft sagen wir mal so einer Vermutung nachgeht. Aber es kann natürlich schon sehr sinnvoll sein, dem nachzugehen, weil die Tochtergesellschaft wahrscheinlich irgendwann auch eine Betriebsprüfung hat und dann kommt es vielleicht dann hoch. also es gibt dann keine gesetzliche Pflicht für die Tochtergesellschaft je nach 153 zu berichtigen beziehungsweise entsprechende Nachforschungen anzustellen, aber es kann sehr sinnvoll sein. Okay, und was passiert, wenn ich mal nicht einverstanden bin? Also kann man zum Beispiel Einspruch gegen eine offizielle Feststellung erheben? Oder wie ist dann da der Vorgang? Ja, genau. Also man kann sich natürlich gegen den, die Betriebsprüfung endet ja mit einem Schlussbericht. Natürlich kann ich mich gegen diesen Schlussbericht wehren, aber der nächste Schritt wäre dann letztlich der, dass die Finanzverwaltung den Schlussbericht ja in Steuerbescheide, in geänderte Steuerbescheide umsetzt. Und da habe ich natürlich Rechtsmittel, dann kann ich eben Einspruch einlegen gegen den geänderten Steuerbescheid und ja, da muss man sich eben mit der Finanzverwaltung zunächst im Rechtsbewerbsverfahren streiten über die steuerrechtliche Bewertung. Wenn man da keinem Ergebnis führt, dann bündelt das eben hinverschauen. Tobias, jetzt gab es eine Feststellung des Betriebsprüfers in meinem Unternehmen. Wirkt sich diese Feststellung auf die Abgabe künftiger Steuererklärungen aus? Ja, das tut sie beziehungsweise muss ich sagen, das kann sie. Bei Betriebsprüfungsfeststellungen habe ich eigentlich immer zwei wesentliche Fragen. Die eine ist die, wirken sich diese Betriebsprüfungsfeststellungen auf bereits abgegebene Steuererklärungen aus, weil sich der Sachverhalt da auch verwirklicht, das haben wir schon besprochen. Wenn das so ist, dann muss ich entsprechend nach 153 berichtigen. Wenn ich aber Betriebsprüfungsfeststellungen habe und jetzt vor der Situation stehe, das ist dann die zweite Konstellation, eine Steuererklärung abgeben zu müssen, dann kann ich natürlich die Betriebsprüfungsfeststellungen auch nicht außen vor lassen. Ich weiß also letztlich jetzt aufgrund einer Betriebsprüfungsfeststellung, dass die Finanzverwaltung den Sachverhalt anders würdigt, als der Steuerpflichtige das in der Vergangenheit getan hat. Und wenn dieser Sachverhalt auch in der noch abzugebenden Steuererklärung sich verwirklicht hat, dann kann ich nicht einfach meine bisherige Rechtsauffassung unkommentiert der neuen Steuererklärung zugrunde legen, weil ich dann schon wieder sehr, sehr schnell in der Steuererziehung bin. Der Unterschied zu 153 ist hier der, dass der 153 erst dann besteht, die Pflicht zu berichtigen, wenn ich die sichere Kenntnis der Unrichtigkeit habe. Wenn ich aber jetzt eine Steuererklärung erstmalig abgebe, dann reicht es für den Eventualvorsatz schon aus, dass ich eine Steuerverkürzung ernsthaft für möglich halte, billig in den Kauf nehme. Und wenn ich eine Betriebsprüfungsfeststellung habe, ich also weiß, dass zumindest mal die Finanzverwaltung den Sachverhalt anders bewertet als der Steuerpflichtige selbst, dann ist man eigentlich immer im Eventualvorsatz, wenn man die Steuererklärung einfach wie gehabt unkommentiert abgibt, weil man dann ja weiß, die Finanzverwaltung würdigt den Sachverhalt anders und dann bin ich sehr, sehr schnell eben im Eventualvorsatz. Das heißt, in der Konstellation muss ich natürlich die eigene Rechtsposition nicht aufgeben. Ich muss jetzt nicht im vorauseilenden Gehorsam die Auffassung der Finanzverwaltung hier akzeptieren. Vielleicht ist die am Ende des Tages auch falsch. Aber um eben sicher aus dem strafrechtlichen Fahrwasser heraus zu bleiben, was muss ich da tun? Ich muss dann letztlich ein Begleitschreiben der Steuererklärung beifügen. Und in dem Begleitschreiben würde man darauf hinweisen, es gibt hier Sachverhalte, da gab es eine Betriebsprüfungsfeststellung, die werden von der Finanzverwaltung anders gewürdigt, als das durch den Steuerpflichtigen der Fall ist. Wir sind aber der Auffassung, unsere Rechtsauffassung ist richtig und deswegen legen wir die jetzt auch in der je abzugeben Steuererklärung zugrunde. Dann hat man den Sachverhalt transparent gegenüber der Finanzverwaltung gespielt, kann an der eigenen Rechtsauffassung festhalten und kommt eben nicht in strafrechtliches Fahrwasser. Ich habe jetzt als Unternehmer einen Berater, der mir hilft, die Steuererklärung zu erstellen, aber welche Verpflichtung ergibt sich denn eigentlich für den Steuerpflichtigen? Müssen Steuerpflichtige selbst jetzt aktiv nach Unrichtigkeiten oder Fehlern in abgegebenen Steuererklärungen suchen? Das ist ja wahrscheinlich nur begrenzt möglich, ansonsten bräuchte ich keinen Steuerberater. Genau, die Frage ist letztlich, ob der 153 den Steuerpflichtigen auch verpflichtet, aktiv nach Unrichtigkeiten zu suchen und da ist die ganz klare Antwort nein. Also der Steuerpflichtige ist erst dann nach 153 zur Berichtigung verpflichtet, wenn er die positive Kenntnis der Unrichtigkeit hat. Er hat aber keine eigenen Nachforschungspflichten und wichtig ist auch, wenn der Steuerpflichtige eine richtige und vollständige Erklärung abgegeben hat, aber die Finanzverwaltung einen Fehler macht, die Fälle gibt es ja auch immer mal wieder, der Steuerpflichtige erklärt vollständig und richtig, trotzdem wird die Steuer zu gering festgesetzt, weil die Finanzverwaltung irgendeinen Bearbeitungsfehler macht. Wenn der Steuerpflichtige also den Fehler der Finanzverwaltung erkennt, dann muss er nicht berichtigen nach 153, denn er hat ja eine richtige und vollständige Erklärung abgegeben. Das fällt dann letztlich in die Verantwortungsphäre der Finanzverwaltung, da muss der Steuerpflichtige nicht berichtigen und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch relevant, der Steuerpflichtige ist jetzt auch nicht verpflichtet so eine Art Steuermonitoring vorzuhalten, also immer mal zu prüfen, hat sich vielleicht die Rechtsprechung geändert, die Gesetzgebung geändert, muss ich deswegen vielleicht Erklärungen aus der Vergangenheit berichtigen, das muss ja nicht, also unter Compliance Gesichtspunkten macht so ein Monitoring schon Sinn, muss ich mir natürlich erkundigen, wie sich die Gesetzgebung entwickelt, die Rechtsprechung entwickelt, aber ich muss das heißt nicht, um zu prüfen, ob hier Berichtigungsbedarf für die Vergangenheit besteht. Und wenn Fehler gemacht werden, die der Unternehmer nicht verantwortet, dann ist vermutlich der beratende Steuerberater in der Haftung? Also wenn Fehler gemacht worden sind, dann muss erstmal noch 153 berichtigt werden, egal in wessen Verantwortung die letztlich liegen. Die andere Frage ist dann klar die Frage der Haftung. Wenn der Fehler letztlich durch den Steuerberater verursacht worden ist, dann kann das zu einer Haftung führen, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was ist dann der Schaden? Ein Schaden kann natürlich zum einen sein, ein Zinsschaden, wenn ich dann Zinsen zahlen muss. Die Steuer an sich kann eigentlich in der Regel nicht der Schaden sein, weil die ja geschuldet ist, es sei denn, es gibt ja irgendwie nur noch eine andere Argumentation, Möglichkeit, dass man letztlich den Steueranspruch hier hätte abwehren können, aber wenn der Steueranspruch an sich feststeht, dann kann das kein Schaden sein, der Schaden wäre wie gesagt ein Zinsschaden, aber, und das kann ja auch durchaus erheblich sein, natürlich auch der Beratungsaufwand, der dann entsteht, um den Fehler abzuwehren und vielleicht auch um ein Strafverfahren abzuwehren, das kann natürlich dann ein Schaden sein, der möglicherweise gegenüber dem Steuerberater dann Geld gemacht werden kann. Wie soll der Unternehmer denn reagieren, wenn jetzt ein Prüfer einen Fehler feststellt? Kann der Unternehmer jetzt Tipps erwarten, vom Prüfer, um Verstöße zu beheben oder ist das einfach nur eine sachliche Feststellung und dann geht der Prüfer raus und dann muss der Unternehmer mit seinem Steuerberater gemeinsam schauen, wie er es löst? Ja, also von der Betriebsprüfung gibt es da in der Regel keine Tipps. Klar kann man vielleicht bei unklaren, streitigen Sachverhalten mal mit der Betriebsprüfung versuchen abzustimmen, welcher Weg der für die Finanzverwaltung, für die Betriebsprüfung gangbar wäre, aber letzten Endes liegt es dann am Steuerpflichtigen zusammen mit seinem Berater, die entsprechenden Konsequenzen eben zu ziehen und da ist es letztlich ganz wichtig, dass man jeden Betriebsprüfungsbericht sorgsam auswertet, das ist also ein ganz wesentliches Element eines Text-Complian-Systems, dass Betriebsprüfungsberichte ausgewertet werden und dass man dann eben zum einen schaut, gibt es hier die Notwendigkeit von Berichtigungen bereits abgegebene Erklärungen, wie stelle ich mich auf im Hinblick auf die noch abzugebenden Erklärungen, das haben wir beides ja besprochen und dann eben ganz wichtig, ich muss natürlich dann als Unternehmen auch die Prozesse umstellen, das heißt, ich muss sicherstellen, dass der Fehler in der Zukunft nicht mehr auftritt, wir also keine wiederholten BP-Verstellungen haben in der Zukunft und dann als letzter Punkt und der wird in der Praxis oft vergessen, es reicht also nicht nur aus, den Prozess umzustellen, sondern ich muss dann auch noch prüfen und Kontrollen vornehmen, ob die Prozessumstellung auch erfolgreich war. Ja, sonst bin ich eben sehr, sehr schnell wieder in der Aufsichtspflichtverletzung und wenn ich schon mal Feststellungen hatte, dann sind die Kontrollmaßnahmen und die Kontrollpflichten auch erhöht nach der Rechtsprechung. Das heißt, ich muss dann hier wie gesagt tatsächlich prüfen, ob meine Prozessumstellung auch Früchte getragen hat. Dann hast du mir schon Teil 1 meiner letzten Frage beantwortet, Tobias, was die wichtigen To-Dos im Zusammenhang mit den BP-Feststellungen sind. Was mich jetzt noch interessieren würde und unsere Hörer vermutlich auch, wie sollten sich Unternehmen und Berater am besten auf eine anstehende Prüfung vorbereiten? Das sind ja zwei Perspektiven. Vermutlich führen aber beide zum Gleichen. Also was sollte man tun, wenn man weiß, da steht eine Prüfung an? Genau, Teil 1 hatten wir gerade schon besprochen. Das waren eigentlich die To-Dos nach Abschluss einer Betriebsprüfung. Wenn wir uns jetzt nochmal zeitlich vor die Betriebsprüfung versetzen, was gibt es da für To-Dos? Nun, was macht die Finanzverwaltung? Also die Finanzverwaltung schaut sich in der Regel natürlich die letzten BP-Berichte nochmal an. Man kann davon ausgehen, dass die entsprechenden Feststellungen auch Gegenstand bei der neuen Prüfung sind. Und genau das würde ich dem Unternehmen auch empfehlen, dass man sich nochmal den letzten BP-Bericht sorgsam mit seinem Berater zusammen anschaut und mal prüft, ob die ganzen Feststellungen auch wirklich abgestellt sind. Da würde ich dann auch im Vorfeld der Betriebsprüfung auch nochmal Stichproben ziehen. Und im Idealfall stellt man fest, dass die ganzen BP-Feststellungen abgestellt sind. Wenn man allerdings feststellt, dass vielleicht die Prozessumstellung nicht erfolgt ist oder die doch nicht ganz so erfolgreich war, wie man das vielleicht gehofft hat, wir also da dann noch auch für den künftigen Prüfungszeitraum im Rahmen dieser internen Prüfung Fehler gefunden haben, dann hat man natürlich die Möglichkeit, noch eine Selbstanzeige abzugeben. Von der sollte man dann auch Gebrauch machen. Das muss ich so ein bisschen einschränken. Wenn jetzt eine Prüfungsanordnung schon bekannt gegeben worden ist, dann kann ich jedenfalls mal keine strafbefreie Selbstanzeige für die Jahre mehr abgeben. Also wenn wir über eine vorsätzliche Steuererziehung sprechen, wäre ich dann mit Bekanntgabe der Prüfungseinleitung, wenn mit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung gesperrt. Aber oft sind wir ja auch im Unternehmensbereich nur im Bereich der Leichtfertigkeit. Und wenn ich eine leichtfertige Steuerverkürzung habe, dann kann ich sogar noch mit einer Prüfungsanordnung eine Bußgeldbefreiende Selbstanzeige abgeben. Von dieser Möglichkeit sollte man dann Gebrauch machen. Und das ist natürlich ratsam, dass man im Vorfeld einer Prüfung eben sehr sorgsam nochmal prüft, ob es die Notwendigkeit für eine Bußgeldbefreiende Selbstanzeige gibt. Ja, super. Vielen Dank. Okay, jetzt muss ich mal einmal hier durch meine Notizen schauen. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten würden wir zu den Hinweisen kommen oder haben wir was für die Shownotes, Franzi? Ja, also ich habe diverse Sachen, auf die ich noch kurz gern hinweisen würde und zwar einmal ein Seminar von Tobias auch. Das hat den Titel Aktuelle Fahndungsschwerpunkte im Steuerstrafrecht und das wird es auch in 2025 wieder geben. Da schon mal der Hinweis. Außerdem gibt es noch ein Seminar mit dem Titel Achtung, Betriebsprüfung. Das findet nochmal online statt am 30.09. Referent ist Daniel Denker. Und dann noch kurz der Hinweis auf unsere Zeitschrift, die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis sowie einen Titel von NBB, die Betriebsprüfung, Anpassungen im Jahresabschluss. Das verlinken wir alles in den Shownotes. Okay, dann wären wir so weit durch. Sind am Ende der Sendung angekommen. Tobias, vielen Dank für deine Zeit. War sehr interessant. Sehr gerne. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt natürlich, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Also schreibt uns einfach an steuerbar.nbb.de und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube, paar Sterne im Podcastplayer oder wo immer ihr uns auch hört. Ja, und dann macht's gut damit, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.